Oh, mein. Einen schönen guten Morgen wünsch ich. Guten Morgen. Guten Morgen. Heut werd's erfreut haben. Heut hab ich euch nämlich wieder einmal was mitgebracht. Ja, wo ist denn der Herr Heindl? Herr Heindl? Ihr Liebling hat heut keinen Dienst. Oh, das ist aber schade. Ausgerechnet hat der heut keinen Dienst, wo ich auf Besuch komm. Die kommen ja so fast jeden Tag. Ja, gell, seid so recht undankbar zu einer Rentnerin. Warten Sie noch, Herr Mosgruber. Das sag ich, jeder wird einmal Rentner. Dann werden Sie schon sehen, wie das ist, wenn man als Rentner gar nichts gilt. Nirgends. Ja, ich hab ja nichts gesagt. Und das scheinen Sie auch ganz vergessen zu haben. Dass ich das war, der, der den Sog mit Brillanten gefunden hat. Nein. Das vergessen wir Ihnen nie. So eine Plamage. An dem Schmarrn beißt man heut noch rum. Dem Herrn Heindl. Dem hab ich was mitgebracht. Aha. Ja. Karamellbonbons, die jetzt kann fast heut niemand mehr machen, gell. Originalrezept von meiner Mutter. Ja, wir geben Sie morgen, wenn er kommt, gell. Selbstgemacht. Ja. Und ja, nicht vergessen, dass zum Sagen, dass ich das war, die Sie brauchten. Ja, und Herr Scheninger. Ja, dann hab ich ja auch was gebraucht. Da war schon sehr selbst gezogen. Von meinem Großvater, der wachs hier war. Für mich? Warum? Weil Sie doch in diesen Tagen Geburtstag haben. Ich hab doch jetzt keinen Geburtstag. Erst im November hab ich Geburtstag. Und ich hätt geschworen, Sie sind ein Stier der dritten Dekade. Warum? Ja, gibt's denn das, dass Sie kein Stier sind? Ja, wo doch alle schönen Menschen Stiere sind. Es gibt auch Ausnahmen. Obwohl Stiere dazu neigen, dass sie die Haare verlieren. Na, ich sag ja. Frau Gemeinweser, es gibt auch Ausnahmen. So, und jetzt muss ich telefonieren. Mit wem? Was, Grobe? Übernehmen Sie. Weg. Dann nehmt's mal, bitteschön, die Kerze im Voraus. Auf Ihren Geburtstag im November. Danke. Ist schon recht. Ja, und ich krieg nix? Nein, ich krieg nix. Denn ich hab ganz deutlich gehört, wie die Rehkommobil was hat er gesagt. Oh mei, hat er gesagt. Ja, wie sie gesagt haben. Oh mei. So, und jetzt geh ich wieder, gell. Die, 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 die Hunsbuben, den zieht den Teil schon wieder. Wo? Ja, da bei der Kreditbank. Da ist sicher der eine dabei, das ist der Ärgste im ganzen Revier. Muskel rüber. Ja, du musst mit mir rein, so eine nächste Katwiese gehen. Was? Ach so, ich kann nicht Hunsbuben. Aber wissen wir, was passiert? Ja, der Riesstürkund hat sich weiteinig, gell. Wenn die Polizei auch erst zu spät kommt und dann... Was denn, was denn, wir sind ja erst zu spät verständigt worden. Wenn Sie uns zu spät verständigen, können wir nicht früher kommen, oder? Ach so. Ach, gepasst, du. Und das passiert jeden Tag. Und nicht bei der Feierabend. Außerdem passiert's nicht jeden Tag. Jeden zweiten Tag? Nicht. Wer sind denn Sie überhaupt? Von da komm ich, von den italienischen Heißdielen. Und das vertirbt mir das ganze Geschäft. Nichts gut für's Gelatti, gell. Der Costular Bene, der Hunsgrippe. Wie heißt der? Costular Bene. Costular Bene. Costular Bene. Ja und, wo wohnt er? Man weiß nicht, da drüben irgendwo bei der Anna Kirche. Aha, danke. Das sind wieder exakte Angaben. Informationi Precise. Informationi Precise. Ihr habt so einen Verlauf da. Du, wie heißt der Lausbub? Costular Bene. Also wahrscheinlich Bene. Sind das Griechen? Das hat doch keinen Zweck nicht. Was hat kein Zweck? Schau, der ist erst zwölf Jahre alt oder so. Der ist ja noch gar nicht strafmündig. Aber reden komme doch einmal mit dem Vater, dass er aufpasst auf den Rotzburg. Kostulan Hans, Schreinermeister. Das ist ein Hochdeutsche. Fahrstraße. Schau, das hat gar keinen Zweck nicht. Ohne nicht. Im Hochdeutschen gibt es keine doppelte Verneinung. Was? Es heißt, es hat keinen Zweck. Sag ich doch. Keinen Zweck nicht. Das hat doch gar keinen Zweck nicht. Oh nein, ich fahr da hin. Was kostet der? Ich versteh Sie nicht. Können Sie nicht Ihre Maschine ein bisschen ausschalten? Ich versteh Sie nicht. Die Maschine ist zu laut. Das ist ja wie bei Kallertin. Ich möchte Sie was fragen. Das kostet Ihnen jetzt eigentlich schon einen Meisterstand. Ja, sind Sie zu allen Kunden so unfrenglich, he? Sind Sie ein Kunde? Nein. Ja. Darf ich ein bissl rumschauen bei Ihnen? Wieso? Haben Sie noch nie eine Schreinerei gesehen? Haben Sie einen Turm? Ich versteh Sie nicht. Haben Sie einen Turm? Haben Sie doch gleich denkt, dass Sie von der Polizei sind? Sie heißen Schreiche! Was haben Sie gesagt? Ich versteh Sie nicht. Was haben Sie gesagt? Nichts, hab ich gesagt. Mein Buur tut sowas nicht. Sie wissen ja noch gar nicht, was Ihr Buur getan hat. Mein Buur tut überhaupt nichts. Haben Sie Beweise, oder? Verlassen Sie unverzüglich, meine Werkstatt. Unverzüglich. Bei Ihnen lass ich nie was machen! Sie kriegen ja nix! Ich bin aus Jahre hinaus ausgebucht! Na so eng, scherter Bayer. Überfall, Polizei! Stehen bleiben! Halt! Aufmachen! Aufmachen! Zumachen! Aufmachen! 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 Nero heißt Sie! Was? Eine Katz, die Nero heißt? Warum denn nicht? Na ja, natürlich. Aber ich meine, Nero ist doch mein Name für einen Hund, nicht? Ja schon. Wissen Sie, ich hatte mal einen Hund. Nein, nein, das brauchen Sie mir jetzt nicht alles erklären. Bitte! Ja, der hieß Nero. Ja? Ja, und als dann der Hund starb, da hab ich mir einen Wellensittich gekauft. Ja. In Erinnerung an Nero hab ich den Wellensittich auch Nero getauft. Und, ja, und als dann auch der Wellensittich von mir gegangen ist, da, ja, da hab ich mir eben die... Ja, ja, dann, dann haben Sie sich eine Katze gekauft und die haben Sie in Erinnerung an den Wellensittich Nero getauft. Ja, genau, das haben Sie gut verstanden. Ja, kombinieren, wissen Sie. Ja, es ist wirklich gut, solche Beamten in Revier zu wissen. Schon gut. Ja. Entschuldigung. Was ist denn das? Das sind Milchkaramellen von der Gemeinde, das ist eines für dich. Ja, warum sagt's nimmer da nichts davon? Ihr gemacht, du machst das. Machst du eins? Nein, du machst das erst zur Zeit. Hm. Die ist schon gut. Gell? Die hat sie selber gemacht. Was mit denen? Gell, muss gerade? Ja, nach einem Originalrezept Ihrer seligen Mutter. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Bitte. Wenn Sie meinen Nero gefunden haben, rufen Sie mich an. Ja, selbstverständlich. Danke. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Du sag einmal, Franz. Warst du gestern bei dem Schreinermeister Kosterlein? Weißt schon, dem Vater von dem Lausbum, der Emer Zündl? Du, das ist vielleicht ein g'scherter Kerl. Was? Ich? Nein, das hab ich dir doch gleich gesagt. Mein Sohn tut sowas nicht, mag ich ja sagen. Oder verlassen Sie unverzüglich meine Werkstatt. Er, der g'scherte Kerl. Unverzüglich. Haben Sie Beweise, mag ich ja sagen. Ich bin da am Kameras. Ich sag's schon, die Leute da streiten doch gar nicht. Warum? Was ist denn da los? Was? Gut, ich war unsere Kreditbank. Ah. Was ist passiert mit der Lausbum? Hier spricht Isar. Unser Kreditbank. Bankalarm in der Kreditbank. Langstraße 4A. Wer ist in der Nähe? Wer fährt? Isar 512. Isar 313? Isar 512. Verstanden. Heindl, komm! Moskrube, du bleibst da. Immer wenn's Äcksten gibt, muss ich da bleiben. Heindl, nimm die Karamellen von der Gemeinweser mit. Jetzt aufregen wir, Frau Evasius. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Es geht doch bloß los! Herr Sommerberger! Wieder nix. Herr Sommerberger! Herr Sommerberger! Herr Sommerberger! Ja, gibts denn sowas auch! Daraus passieren die größten Katastrophen und sie hucken da bei ihrem saudummen Getonton und kochen. Das ist das einzige, was mir noch bleibt. Essen und Musik. Ach, gib nur's zu! Sie haben ja keine Ahnung! Schau'n Sie da mal! Schau'n Sie, was da für ein Menschenauflauf ist! Ja, das ist ein Banküberfall! Das lese ich doch jeden Tag in der Zeitung! Schöninger! Polizeiinspektion 1! Was besonderes? Danke! Sie werden im Moment nicht gebraucht, aber halten Sie sich zur Verfügung! Komm! Ja, wir haben schon gut! Natürlich! Kommt man wieder zu spät! Wenn man nie verständigt wird! Dann steht's da wie ein Deck! Komm! Oh, Signor Kommissario, grande Katastrophe! Wie sagen wir denn auf Deutsch? Klein, dick und untersetzt! Also klein, dick und untersetzt war er, ja? Aha! Und? Wo soll der U-Kopf? Ein blauer Mantel! Nein, noch besser ein Bischmantel! Also mindestens zwei Meter groß! Zwei Meter? Ist größer als ich! Ja, zwei Meter groß! Und einen grünen Anorak! Wer, Olive? Also Sie kommen nachher! 30.000 Mark ungefähr! Und nur ein Täter! Maskiert! Warum? 1,67 Meter! Damit ich nichts Falsches sage! Plus, minus ein Zentimeter! Da war er gestanden! Hier bin ich gestanden! Und da war die Dame! Und hier... Hier stand der Koffer! Er hat mit der linken Hand den Koffer genommen und ist mit zehn großen Schritten zum Durchgang! 6, 7, 8, 9, 10! Und es war kein Polizei doch! Sie sind Dachhausmeister, ja? Na ja, der bin ich! Haben Sie den Schlüssel von der Tiefgarage? Ja, so ist es! Aha! Aha! Jetzt braucht er uns! Äh... Wie viele Männer haben Sie dabei? Eins plus fünf! Eins bene! Dann durchsuchen Sie mit Ihren Leuten die Tiefgarage! Hier ist der Schlüssel! Der Hausmeister wird Sie führen! Danke, Herr Kollege! Wollten Sie der? Dann gleich da unten! Es schmeckt ab! Dann durchsuchen Sie mich! Ich bin aus der Schlüssel! Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Tür durch die Waschküche ins Nebenhaus führt? Danke für den Hinweis. Wenn Sie sonst noch eine Wahrnehmung machen... Selbstverständlich. Wickeleid, macht's doch die Tür zu, Bittchen. Entschuldige dich, Bittchen. Annette. Ich bin modeler. Ain'te das, ich bin modeler... ... und есть. Ich bin modeler. Ich bin modeler. Ich bin modeler. Das war's für heute. Wie vom Erdboden verschobt. Das heißt, wahrscheinlich durch die Tiefgarage und die Waschküche ins Nebenhaus entkommen. Der hat sich natürlich mit den Gegebenheiten in den Block bestens ausgegeben. Da haben wir hinter uns und nimmer. Waren die Banknoten wenigstens registriert? Ja, nur die Viertausender, da haben schnell die Nummern notiert. Ja und, wie viele insgesamt? Steht nicht genau fest, so um die 30.000 Mark. Den finden's nimmer. Das kommt natürlich nur daher, weil wir uns den Vieren ständig die Kompetenz entziehen. Ist doch klar, dass der Verbrecher da durch den Durchgang läuft. Das ist doch logisch. Wieso logisch? Er hätt ja auch auf die andere Seite laufen können, in die Sauna zum Beispiel. Nein, das kann er nicht, weil der Mann war angezogen. Also, er muss dort durchgangen. Ja und? Ich als Filialleiter, ich stell mich doch nicht da her, sondern stell mich da her. Heindl, geh her. Ja. Du bist die Dame, du stehst da. Moskauer, gib mir den Koffer. Wo für den Koffer? Ja, den Koffer da. Dieser Koffer? Ja. Das ist ein Koffer. Der steht da. Das ist der Koffer mit dem Lösegeld, den ich hab hinausgepägen müssen. Du? Ja. Das heißt natürlich, also ich als Filialleiter. Und wenn sich der Verbrecher bückt, weil er den Deckel von dem Koffer zumachen muss. Ja, hat er das Geld nicht gezählt? Hä? Ich mein, hat er das Geld nicht gezählt? Nein, natürlich nicht. Das heißt natürlich, ja. Also, wenn sich der Verbrecher bückt und ich seh das als Filialleiter, dann mach ich doch als Filialleiter Sorg und Aff. Der Mann nicht. Der Amt dem Helden Schöninger. Du, ich denk halt. Und hab Erfahrung. Und den erfahrenen Polizeibeamten hätt ich mir da glauben müssen, aber die. Blauer da wird. Wenn's den nicht erwischen, dann. Wie stellt's den Koffer da her? Ich sag ja nix nur. Ja? Ja, das hilft alles nix. Du bist eben nicht da gestanden. Eben. Aber wen? Ähm, vielleicht mag einer von euch noch eins von den Bonbons? Nein. Ich möchte jetzt zur Kreditbank rübergehen. Und? Ja, hier war's ja schon alle dort. Aber ich noch nicht. Da gibt's nix zu sehen. Trotzdem. Wenn ich der Verbrecher wär, ich würde... Also, was würdest du als Verbrecher? So, aufbären und hineingehen. Respektive laufen. Bitte? Laufen? Würde ich als Verbrecher tun. Der Mosgörbers ganze Haus ist doch durchs Sucht vom Speicher bis zum Keller. Ich war doch mit dem Händler im Keller. Ich als Verbrecher würde in meine Wohnung gehen. Dann meinst du denn deine Wohnung? Ja, da. Der Verbrecher wohnt im selben Haus, wo die Bank ist. Siehst du? Die Idee hab ich auch schon gehabt. Oh! Werf ich jetzt endlich einmal raus? Entschuldigen Sie, meine Frau. Der Koffer mit dem Geld ist noch im Haus. Wie viel hast du gesagt? 30.000. Ja, der ist sicher noch im Haus. Und wenn sich alles beruhigt hat, dann bringt er ihn weg. Wir können natürlich im Treppenhaus keinen Posten aufstellen. Und jeden durchs Ohr, der da durchgeht. Natürlich keinen Posten. Das merkt er doch. Da kommt er ja nie raus. Oder man müsste schlagartig alle Wohnung untersuchen. 45 Milchparteien, geh. Naja, abgesehen davon, dass man natürlich auf den bloßen Verdacht, den Nieren-Durchsuchungsbefeind krank. Wären ja zwangsläufig 44 Unschuldige dabei. Ich mein, das wär das wenigste Unschuldige. Aber den Wirbeldienst, da geht's in der Presse. Was stinkt denn da also? Bist du das? Ja. Man müsste ihn aus der Wohnung herauslocken. Man müsste den Gauner mit irgendetwas zwingen, dass er mit Geld herauskommt. Na, das stimmt. Aha! 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 Polizei! Schnell! Der Ropfleckchen! Einer wischen schon noch. Ist doch hoffentlich der Feierlöscher aus. So, niedlich. Dies brauchen wir. Ja, Herr Sommerberger! Grüß Gott! Guten Tag, Frau Faschengsbauer. Können Sie mir vielleicht eine Tasse Zucker leihen? Mir ist der Zucker ausgegangen. Was? Schon wieder? Jetzt kommen Sie doch mal rein. Wieso schon wieder? Herr Sommerberg. Ja, mei. Ihnen ist doch erst letzte Woche der Zucker ausgegangen. Ja, da sehen Sie mal, wie die Zeit vergeht. Ja. Ja, aber sagen Sie mal, warum geht es denn eigentlich nicht runter und kauft einer einen? Die Geschäfte haben da noch auf. Feier! Was ist denn toll los? Moment einmal. Feier! Feier! Feuer! Feier! Feuer! Feuer! Herr Schau. Dein Zeit ist so vernünftig. Legt Ihr bitte lauf! Feuer! 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 Ja, und wann bringen Sie mir meinen Zucker wieder? Liebe Frau, fünf Jahre werden schon damals. Ich warte so lange. Ja, siehst du, da stimmen wir einmal ausnahmsweise bei Ihnen, Kollege. Und der Haftbefehl? Ist eröffnet. Danke, sehr gut. Wiederschauen, Kollege. War was? Na ja, der Fall ist doch sonnenklaut. Ja, diese registrierten 1000 Markscheinen, die waren ja noch in seinem Koffer. Der hat noch keine Aussage gemacht, aber da hilft nichts mehr. Und weißt du, Musgruber, was das Interessante an diesem Fall ist? Nein. Was? In demselben Augenblick, wo du die Zinkbadewanne da rausgezogen hast, wo es brennt hat, in demselben Augenblick habe ich eine Idee gehabt. So, im selben Augenblick? Gedankenübertragung wahrscheinlich. Na ja, wahrscheinlich. Na, ich meine natürlich, Gedankenübertragung von mir auf dich. Nero steht auf dem Holzpantl. Ja, der Nero. Oder sagt man da besser die Nero? Ja, Mäzi mit sich. Ich habe mir sehr klein gedacht, dass die schon gesucht wird. Danke, Herr Ischer. Wissen Sie schon, dass die Kreditbank überfallen ist worden? Was? Was? Ja, die Kreditbank ist überfreundbar. Tue das eure Gefehl weg. Ja, Frau Gemeinwieser. Was Sie nicht sagen. Ja, gut, gut. Nicht Gott sei Dank mit dem Ersten, wo meine Rente schon drinnen war. Ja, der hätte doch der Schlawiner auch noch mit dem mitgelassen. Ja, natürlich. Aber wir haben schon. Was? Sie haben schon? Ja. Okay. Hätten Sie uns nicht zutraut? Ja, ja, Herr Muldgrüber. Ja, Ihnen wollen wir ja auch was mitmachen. Etwas sehr Persönliches. Die Sonntagshosenträger von meinem Vater. Erste Qualität. Das ist aber nicht, Frau Gemeinwieser. Jetzt will Sie kommen, geht. Wollen Sie da? Sehr schön. Halt mit. Kannst du schon brauche einen Hosenträger? Nein, für den Pausen. So. Wieso? Wofür? Du machst jetzt ein Selbstvertretung. Du kunst dabei, der heißt das, du ich nicht. Ich schenke es dir. 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 Miros Christus. Ich schenke es dir. Ich schenke es dir. Für 25 dauert eine Töne. Ich schenke es dir. Ich schenke es dir. Ich schenke es dir. Wir menos ihm will something. Untertitelung des ZDF, 2020